Hallo, in diesem Video werde ich dir erzählen, wie du, ja genau, du die besten Trader der Deutschen Bank in den Schatten stellen kannst. Normalerweise denken immer viele, ja, so ich als Retail-Trader, schwierig, aber die Wahrheit ist, dass die sogenannten Profis alle auch nur mit Wasser kochen und meistens gar nicht mal mit gutem Wasser. Ich werde dir in diesem Video zeigen, wie die Trader bei den großen Banken vorgehen. Beispiel eben die Deutsche Bank habe ich mir erlaubt, weil ich dort ja als erstes in meiner Karriere gearbeitet habe für einige Jahre. Und das gilt natürlich auch für andere Banken. In den meisten Fällen sind diese Trader dort viel schlechter ausgebildet, als jemand, der zum Beispiel durch meine Ausbildung gelaufen ist. Ich werde dir erklären, warum. Und danach wirst du nicht nur Hoffnung schöpfen, sondern wirst wissen, jawohl, wenn ich das will, dann werde ich es auch können. Und zwar besser als die sogenannten Profis. Die Wahrheit nämlich ist, diese Profis sind in der großen Mehrzahl Ignoranten. Diese Profis werden nämlich nicht nach ihren Fähigkeiten als Trader ausgewählt, sondern von welchen Universitäten sie kommen, welche theoretischen Fähigkeiten sie besitzen. Und das führt dazu, dass diese Banken Gott sei Dank uns immer mit Liquidität versorgen. Wir haben also immer genug zum Geld verdienen, weil diese Banken immer wieder massiv Geld verlieren. Die wichtigsten Dinge im Trading sind nämlich nicht, ob du irgendwo ein Physikstudium abgeschlossen hast oder ein Mathematikstudium abgeschlossen hast, oder ob du von der Universität A oder von der Universität B kommst, sondern ob du treten kannst, ja oder nein. Schauen wir es uns doch einfach einmal an. Eines der größten Skandale, einer der größten Verluste, die vor vielen Jahren öffentlich wurden und wo es hieß, das Finanzsystem sei in Unordnung und in Schieflage gekommen, war LTCM. LTCM wurde berühmt, weil es Nobelpreisträger unter seiner Flagge versammelt hatte. Und auf ganz tollen, ausgeklügelten mathematischen Formeln ihre Strategien aufgebaut haben. Diese Strategien führten dann zu einem milliardenhohen Verlust. Es wurde damals gesprochen von über vier Milliarden. Und diese vier Milliarden, was heutzutage im Monat in der Ukraine verballert wird, diese vier Milliarden konnten damals das Finanzsystem in Schieflage bringen. Zumindest wurde das erzählt. Bei den Banken geht es also nicht darum, ob du besonders gut bist, sondern es geht darum, dass du dich besonders gut darstellen kannst. Es geht darum, dass du am besten mit Ego am Start bist, dass du dich durchsetzen kannst als derjenige, der vorne die Flagge hält. Es geht darum, dass du deinem Boss gefällst. Es geht darum, dass du in die richtige Richtung buckeln kannst. Und wenn der Boss sagt, wir kaufen, dann kaufst du. Und wenn der Boss sagt, wir verkaufen, dann verkaufst du. Es geht nicht darum, dass du irgendwelche besseren Strategien, bessere Ideen, mehr Disziplinen hast oder sonst irgendwie, sondern du bist in einer Maschine gefangen in diesen Banken. Du musst nämlich auch Hausprodukte verkaufen. Die Bank hat eine Meinung. Die Bank verlässt sich auf einen Hausanalysten. Oder die Bank wird durch irgendjemanden in der Bank, durch einen Vorstand oder Ähnliches zu bestimmten Dingen gezwungen. Durch Kooperation mit anderen zu Dingen gezwungen, die du jetzt, wenn du so jemand wie ich bist, ein sogenannter Retail-Trader, mit dem du überhaupt keinen Vertrag hast. Wir können uns wirklich auf den Handel beschränken. Auf das, was wirklich wichtig ist. Ich habe bei den Banken so viel Inkompetenz gesehen. Und wir haben es jetzt letztes Jahr wieder gehört. Die Schweizer Nationalbank hat über 140 Milliarden in den Sand gesetzt. Das sind einfach unfassbare Beträge. Die werden dann erklärt mit, ja, wir mussten die Währung stützen und was weiß ich und hin und her. Und eine normale Bank setzt sich also hin und hat irgendjemanden, der in der Organisation vorne ist, der besonders gut strukturiert irgendwelche Dinge darlegen kann, den hat er vorne in der Abteilung. Und der bestimmt dann, was die ganze Abteilung zu machen hat. Das heißt, er bekommt von irgendwoher seine Informationen, oft vielleicht vom Vorstand oder sonst irgendwie, ist am Ende auch nur ein Mensch und muss nun vor allen Dingen eins machen. Er muss nicht zu weit vom Markt abweichen. Denn wenn du abweichst vom Markt, fällst du auf. Du fällst positiv auf, das ist super, aber du fällst dann auch sehr leicht negativ auf. Wenn du negativ auffällst, dann gerätst du dir unter Druck, dann ist deine Position in Gefahr. Dann kannst du vielleicht deinen Job verlieren, deine Karriere verlieren, deine Karriere versauen. Und daher versuchen diese Menschen, möglichst gleichförmige Meinungen zu haben. Denn wenn alle die gleiche Meinung haben, alle kaufen oder alle verkaufen, dann sind ja alle richtig oder falsch. Wenn alle richtig sind, ist so alles in Ordnung. Aber wenn alle falsch sind, ist nicht so schlimm, weil ja kein anderer sagen kann, ich habe es besser gewusst oder sonst irgendwie. Die Wahrheit ist aber nun, dass du als Trader eben genau nicht das machen darfst, was alle machen. Du darfst nicht derjenige sein, der immer alles gleich macht. Du musst derjenige sein, der dir oder der sich eine eigene Meinung bildet. Bei uns in der Ausbildung lernst du jeden einzelnen Baustein kennen, den du brauchst. Du lernst wirklich von der Pike auf, wie auch ich es gelernt habe. Nur, ich habe dafür insgesamt jetzt 40 Jahre gebraucht, währenddessen du das in einem Jahr lernen kannst. Manche Leute lernen es auch schneller. Es geht nämlich darum, mit dir selbst klarzukommen, dein Ego im Griff zu haben, diszipliniert zu sein, einen Tradingplan zu entwickeln, am Start zu sein, den Markt wirklich zu sehen, wie er ist. Nicht das Handeln, was du meinst, sondern das Handeln, was du siehst. Geht der Markt hoch? Geht der Markt runter? Statistische Dinge zu sehen. Wann ist es denn wahrscheinlich, dass ein Markt, der steigt, auch weiter steigt? Wann ist es eher unwahrscheinlich? Sind wir in einem Trend, sind wir nicht in einem Trend? Das sind Dinge, da kommt es nicht darauf an, welche Meinung du hast, sondern es sind einfach Faktenentscheidungen. Und diese Faktenentscheidungen, die du in der Bank nicht treffen darfst, weil dein Chef die für dich trifft, die kannst du und wirst du natürlich als sogenannter Retail-Trader selbst treffen. Du wirst selbst vollkommen eigenverantwortlich, deine Entscheidung zu treffen. Du wirst selbst frei sein. Frei sein, das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite ist es am Anfang natürlich erschreckend, weil du eben keinen hast, der dir sagt, das musst du machen oder das darfst du nicht machen oder hin und her. Du musst selbst deine Entscheidung treffen musst du treffen und musst auch mit dieser Entscheidung leben, denn deine Entscheidung hat natürlich Auswirkungen. Du weißt nie, wenn du einen Trend machst, wenn du etwas kaufst oder verkaufst, ob dies einen Gewinn nach sich zieht oder einen Verlust. Du hast keine Ahnung davon. Du weißt nur, dass du eine bestimmte Wahrscheinlichkeit hast. Du kannst daran arbeiten, dass diese Entscheidungen besser werden. Du kannst also an deiner Trefferquote arbeiten, dass du vielleicht statt 60 Prozent jetzt 70 Prozent richtige Entscheidungen triffst. Allerdings, du weißt, wie das ja ist heutzutage, wir Trader müssen damit leben, dass wir nur, in Anführungsstrichen, nur in 70 Prozent der Fälle oder vielleicht auch in weniger Prozent der Fälle eine richtige Entscheidung treffen. Allerdings wird in der heutigen Gesellschaft ja Fehler machen überhaupt angekreidet als negativ. Wir dürfen und sollen keine Fehler machen. Wir müssen quasi fehlerlos sein. Die Wahrheit ist, wir können nicht fehlerlos sein, sondern wir müssen akzeptieren, dass wir Fehler machen. Nur wenn du es akzeptierst, wenn du die Verantwortung für deine Fehler übernimmst, kannst du damit leben und kannst damit weiterarbeiten. Du kannst damit, ja für normale Menschen vorkommen, irrsinnige Summen Geld verdienen und wenn du dich eben nicht an deine Regeln hältst, auch total irrwitzige Summen verlieren, weil jede Chance kommt natürlich mit einem bestimmten Risiko. Bei der Deutschen Bank sind diese und auch bei den meisten Banken überhaupt sind diese Dinge, diese Risikorichtlinien zu deinen Ungunsten abgesteckt, weil es nicht darum geht, den einzelnen Trader besser oder stärker zu machen, sondern es geht darum, das Überleben der Organisation zu sichern und vor allen Dingen auch im Gleichschritt bestimmte Entscheidungen durchzubringen. Es kann nicht sein, dass ein Trader super ist und der Rest ist eben schlecht, weil dann müsste sie allen anderen die Lizenz zum Traden natürlich wegnehmen. Bei dir ist das anders. Bei dir entscheidest nur du, ob du erfolgreich wirst oder nicht. Und das Interessante ist, dass du wirklich selbst diese Entscheidung treffen kannst. Denn du kannst selbst, ich nenne es researchen, wie du immer wieder erfolgreiche Entscheidungen treffen kannst. Du weißt vorher, dass wenn du 1000 Mal diese Entscheidung triffst, wo in welchem Feld, in welchem Bereich deine Trefferquote sein wird, in welchem Bereich deine Gewinnmöglichkeiten liegen, den Rest, den du nicht bestimmen kannst, den bestimmt der Markt. Keiner von uns weiß, ob der Markt an einem Tag 1% sich bewegt oder 2% oder 3% oder 4%. Diese Entscheidung, die kannst auch du nicht fällen und die kann auch kein Trader in einer Bank fällen. Aber du, du kannst frei diese Marktkräfte annehmen und kannst davon profitieren. Wenn du einen Tradingplan hast, mit einer Tradingtechnik, die du selbst hinterfragt hast, die du selbst untersucht hast, dann bist du jedem Trader einer Bank, eines Fonds überlegen. Du selbst entscheidest nämlich, welche Risikobereitschaft du gehst und damit auch, welches Auszahlungsprofil deine handelstechnischen Tätigkeiten haben. Wenn du zu mir in die Ausbildung kommst, zeige ich dir, wie du das machen kannst, wie du diesen Weg gehen kannst, wie du vollkommen frei dich selbst und auch deine Performance als Trader bestimmen kannst. Das ist der entscheidende Unterschied. Du wirst von mir angeleitet, selbst zu sehen und damit auch nicht nur begreifen zu können, sondern es dann auch tun zu können, was so wichtig ist, nämlich an den richtigen Stellen, an denen, an denen die Wahrscheinlichkeit für dich spricht, nicht gegen dich spricht, zu agieren. Du musst nämlich nicht wie bei einer Großbank oder einem Fonds 24 Stunden am Tag im Markt sein, dir von anderen Leuten irgendwas erzählen lassen, sondern hier bist du frei, dir selbst herauszusuchen, wann du handeln möchtest, welche Möglichkeiten, welche Chancen du ergreifst, welche Risiken du nimmst und welche Risiken du nicht nimmst. Das ist der entscheidende Unterschied und damit kannst du viel besser werden als diese Menschen, die sich Profis nennen. Die wahren Profis, die sind hier. Die, die sich Profis nennen, sind oft gar keine Profis, sondern sind aus meiner Sicht ganz große Amateure, die nur so tun, als seien sie Profis. So wie das ja in vielen anderen Berufen auch so ist, dass die wahren Krex selbstständig Unternehmer sind und die, die in den Firmen rumlaufen und sich dann mit irgendwelchen Titeln schmücken, das ist nur Beiwerk, die sind nur Hilfswilli und überleben oft nur aufgrund der Größe ihrer Organisation. Wir selbst sind die, die unser Leben vollkommen frei bestimmen können. Das ist das, warum ich den Beruf des Treders gewählt habe, weil ich vollkommen frei bin, weil mir kannst du morgen alles abnehmen, wie es mir ja schon in meinem vergangenen Leben passiert ist. Es kann ja alles passieren, ein Bail-In von Banken, irgendwelche Gesetze, die geändert werden, Umstände, die passieren. Mir kannst du heute alles abnehmen, ich weiß, wie sagte der Terminator immer, I will be back. Weil ich begriffen habe, wie Märkte funktionieren, ich weiß, wie ich es schaffe, Geld und Briefkurse, also Ankaufskurse und Verkaufskurse so in den Markt zu legen, dass ich in einer überwältigenden Anzahl der Fälle Erfolg habe. Die größte Amateurfrage, die dir irgendjemand stellen kann, ist, was denkst du, ist der DAX am 31. Dezember diesen Jahres? Wie denkst du, ist der DAX Schlussstand am Ende dieser Woche? Daran erkennst du den großen Amateur, weil kein Profi dieser Welt würde dir diese Frage stellen, weil überlege einmal, ich würde dir sagen können, ich hätte diese Kristallkugel und könnte dir sagen, sagen, am 31. 12. des Jahres 2023 ist der DAX bei 17.114. Dann wüsstest du noch nicht mal, ob du jetzt Geld verdienen kannst, wenn ich dir das heute sage, weil es könnte ja sein, dass ich vergessen habe, in Anführungsstrichen, dir zu erzählen, dass aber am 31. Juli diesen Jahres der DAX zwischenzeitlich mal bei 8.000 sein wird und dann hätte wahrscheinlich dich jeder Stopp geholt und du hättest wahrscheinlich dein ganzes Geld, was du eingesetzt hast, weil du ja so sicher warst, dass du per Ende des Jahres das Geld verdient hättest, hättest du wahrscheinlich dein gesamtes Geld verzockt. Daher ist es vollkommen uninteressant zu wissen oder nicht zu wissen, weil keiner von uns natürlich wissen kann, wie der Markt irgendwo in der Zukunft sein wird, sondern es ist einfach nur wichtig zu wissen, jetzt in dieser Millisekunde, was tue ich? Es gibt immer drei Möglichkeiten. Ich kaufe, ich verkaufe oder ich mache nichts. Und dieses zu begreifen, dieses fortlaufende Auktionsprinzip zu begreifen, zu verstehen, wie Märkte funktionieren, zu verstehen, wo Märkte Angebot und Nachfrage zusammenbringen, wo das Angebot überwältigt, wo die Nachfrage überwältigt, wo die Märkte steigen, wo sie und warum sie fallen, das ist das Wichtige. Und das kannst du bei Leuten wie mir, ich bin natürlich nicht der einzige auf dieser Welt, der dir das vermitteln kann, das kannst du bei uns lernen und das lernst du in keiner Bank. Ich sage heute in den letzten Tagen des Februars 2023 sage ich dir, wenn ich mit meinem damaligen Wissen, als ich bei der Bank gearbeitet habe, heute am Markt agieren würde oder müsste ohne diese Organisation im Hintergrund, würde ich pleite gehen. Wenn ich allerdings heute oder damals besser mit meinem heutigen Wissen hätte antreten können, wäre ich wahrscheinlich sofort aus dieser Organisation als Voodoo-Mann entsorgt worden und mein Chef hätte Angst um seinen Job gehabt und hätte mich am ersten Tag entsorgt. Übrigens ein kleines Wahrheits Fitzelchen am Rande noch dazu aus der Bankengeschichte ein kleines Bormod Ich bin einmal aus einer Bank entlassen worden, weil ich zu viel Geld verdient habe. Mir wurde vorgeworfen, dass ich Risikorichtlinien überschritten habe, Klammer auf, hatte ich nicht, Klammer zu, weil ich am Ende des Tages zu viel Geld verdient habe. Dies passiert, wenn unfähige Menschen in Organisationen die Menschen, die Dinge besser verstehen, als sie in ihrem Tun zurückhalten. Und daher, wenn du Trader werden willst, kann ich dir nur eins raten, suche deinen eigenen Weg, suche dir einen Lehrer, suche dir einen Mentor, so wie zum Beispiel ich, komm zu uns in die Ausbildung, lern es hier und werde ein freier, selbstdenkender, fröhlicher, zufriedener Mensch, der mit seinem Geld, was er verdient, viel Gutes tun kann. Ich freue mich darauf, mit dir in Kontakt zu treten. Schreibe gerne Kommentare hier unter das Video, vielleicht auch was zukünftige Themen betrifft, was dich interessiert oder klick einfach hier unten drunter unter dem Video auf den Link und bewirb dich für unsere Ausbildung und ich freue mich auf dich. Kannst auch natürlich erst mal nächstes Wochenende, 3. 4. 5. März von 18 bis 20 Uhr jeweils Freitag, Samstag, Sonntag ist das, in unseren Workshop kommen, wenn du dieses Video später schaust und sagst, oh Mann, der Workshop ist schon vorbei, dann folge uns einfach auf Social Media, weil wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit natürlich wieder einen Workshop machen und dann kannst du bei diesem Workshop dabei sein. Ich freue mich auf dich, ich freue mich auf deine Fragen, ich freue mich auf deinen Input. Vielen Dank, der Olli. Tschüss.